Friedrich Karl Ludwig Konstantin Landgraf von Hessen 28. Mai 1940 in Kassel war Ende des Jahres 1918 zwei Monate lang Nominellkönig von Finnland, der einzige, der je mit diesem Titel bezeichnet wurde. Sein Regentenname lautete Friedrich Kahle. Der in einigen Quellen genannte Name Feinöi geht zurück auf eine Glosse des finnischen Humoristen Feinö nu otive. Leben Friedrich Karl war ein Sohn des Titulallandgrafen Friedrich Wilhelm von Hessen Kassel-Rumpenheim und dessen Frau Anna von Preußen. Formell wäre er Thronerbe des Kurfürstentums Hessen gewesen. Dieses war jedoch nach dem Deutschen Krieg von 1866 von Preußen annektiert worden. 1891 war Friedrich Karl in die Kotze-Affäre verwickelt. Durch seine Heirat 1893 mit Prinzessin Margarete von Preußen wurde er Schwager des deutschen Kaisers Wilhelm II. Ab 1888 war er Mitglied des Korps zu Erwia Freiburg, König von Finnland. Nach der Oktoberrevolution erklärte Finnland, dass bis dahin ein russisches Großfürstentum gewesen war, am 6. Dezember 1917 seine Unabhängigkeit. Diese wurde am 4. Januar 1918 durch die herrschenden Bolschewiki unter Lenin anerkannt. Lenin gab bereits kurz zuvor während seines Exils in Finnland seine Zusage dazu. Nach dem finnischen Bürgerkrieg entstand ein heftiger Streit über die künftige Staatsform Finnlands. Schließlich wählte das Parlament am 9. Oktober 1918 minus unter Ausschluss der Sozialdemokraten Friedrich Karl zum König. Zu diesem Zeitpunkt amtierte Per Ewind Zwinhofuda als finnischer Reichsverweser. Die Legitimität der damit angenommenen neuen Verfassung basierte auf der seinerzeit auch für Finnland gültigen schwedischen Verfassung König Gustavs III aus dem Jahre 1772 auf deren Grundlage auch die russischen Zaren als Großfürsten Finnlands geherrscht hatten. Die Wahl eines deutschen Prinzen verstärkte die Bindungen an das deutsche Reich. Das Finnland und insbesondere dessen antibolschewistische Kräfte während des finnischen Bürgerkriegs durch Waffenlieferungen und Invasion mit Einnahme Helsinkis unterstützt hatte. Die Entwicklung Finnlands zu einem deutschen Protektorat lag im Bereich des Möglichen. Ähnliche Entwicklungen fanden auch im Baltikum mit der Wahl eines deutschen Prinzen zum König Mandaugas II. Von Litauen und der Gründung eines deutsch dominierten Vereinigten Baltischen Herzogtums, das aus Estland und Lettland bestand, statt die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg und die Abdankung des Kaisers Wilhelm II. Nach der Novemberrevolution ließen einen deutschen Fürsten auf dem finnischen Thron allerdings nicht mehr akzeptabel erscheinen. Mit seiner Abdankung am 14. Dezember 1918 musste Friedrich Karl auf diese veränderte Lage reagieren. Zugleich trat auch Per Wintzwin Hufwut vom Amt des Reichsverwesers zurück und Gustav Mannerheim wurde Nachfolger. Mannerheim bis 1917 General in der Armee des russischen Zaren und später von 1944 bis 1946 finnischer Präsident. Vollzog 1918 als Reichsverweser dann Finnlands Kehrtwende von der Monarchie zur Republik spätere Jahre. Nach dem Verzicht seines sehbehinderten Bruders Alexander Friedrich wurde Friedrich Karl 1925 Chef des Hauses Hessen-Kassel. Er starb 1940 in Kassel im Alter von 72 Jahren an den Spätfolgen einer Verwundung aus dem Ersten Weltkrieg und wurde in der Kapelle der Burg Kronberg im Taunus beigesetzt. Nachkommen Friedrich Karl heiratete Margarete von Preußen, die jüngste Tochter des Kaisers Friedrich III. Unter den sechs Kindern waren zwei Zwillingspaare. Friedrich Wilhelm Siegesmund Victor gefallen in Rumänien. Maximilian Friedrich Wilhelm Georg Eduard gefallen in Belgien. Philipp Wolfgang Richard Christoph gefallen in Italien. Vorfahren Vorfahren